Es sollte ihr magischer Moment werden, es wurde ein Albtraum. Als Anna Emakova, 23, das erste Mal als Sängerin auf der Bühne stand und sich all ihren Schmerz von der Seele sang, streikte ihr Körper. Ich hatte einen Zusammenbruch, gesteht die Tochter von Boris Becker in der Dokumentation Absolut Anna, RTL Plus, und fügt hinzu, zum Glück wurde ich aufgefangen von meiner Mutter und Freunden. Sie haben mich beruhigt. Doch wie kam es zu dem Drama? Ich hätte mir so sehr gewünscht, in einer normalen Familie zur Welt zu kommen. Ich wurde nicht gehasst, aber alle hatten Vorurteile, das hat sie nur ihrem Vater Boris zu verdanken. Alle hatten eine vorgefertigte Meinung über mich und wollten mich scheitern sehen. Wer hätte das gedacht, dass diese junge Frau, die es bei Let's Dance allen gezeigt hat, an Selbstzweifeln fast zerbricht. Die deswegen zwanghaft versucht, immer besser als die anderen zu sein? Wie sehr die süße kleine Anna unter den peinlichen Geschichten um ihre Entstehung gelitten hat, das wird erst jetzt ganz deutlich. Mir wurde immer wieder gezeigt, Anna, du bist eine Außenseiterin. Du hast rote Haare, merkwürdige Leidenschaften und eine Multikulti-Familie. Ich habe von klein auf ein großes Päckchen zu tragen, erzählt sie ungewöhnlich offen. Ihre traurige Bilanz, ich wurde zwar nicht gehasst, aber kaum jemand mochte mich. Ich hatte so viele Tiefen in meinem Leben. Ich bin ganz und gar nicht so selbstbewusst, wie ich vielleicht manchmal aussehe. Sie versucht, die Vergangenheit abzuschütteln. Wir sind nicht unsere Geschichte oder was die Leute von uns denken, sagt sie mit leiser Stimme und Tränen in den Augen. Ihre Mutter Angela, 56, ist zuversichtlich. Mein Kind ist dabei, alles Schlimme aus dem Fenster zu werfen. Anna, du hast fast alle Altlasten lösen können. Die Altlasten, damit sind wir wieder bei Boris. Warum war das Tennis-Idol nie für seine Tochter da? Ja, Gratulationen gab's zuletzt. Eine Nachricht auf Social Media zum Sieg der Tanzshow oder ihrem neuen Job als Jury-Mitglied bei Das Supertalent ersetzt aber keine Umarmung des Vaters, kein persönlich überbrachtes Lob. Anna tut alles, um sich frei zu schwimmen. Doch gleichzeitig will sie ihren Vater stolz machen, auch wenn sie sich das nicht eingesteht. Das kostet sie unglaublich viel Kraft, wie wir an ihrem Zusammenbruch gesehen haben. Das hätte einfach nicht passieren dürfen. Wenn Anna bei das Supertalent weint, schreit, lacht oder einfach ein bisschen ausflippt, und das Publikum genervt die Augen verdreht, nach der ehrlichen Beichte haben wir Verständnis für sie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017